nicht der mörder der ermordete ist schuldig ich stand auf der landstraße die längs des stromes führt weit draußen fast in der nähe jenes hauses ich mußte besinnungslos eine stunde lang und mehr gewandert sein wie kam ich hierher kalte und klare entschlossenheit befahl ich mir selbst wo hatte ich diese phrase nur gelernt ah ich sah einen schon wackeligen major auf dem katheder hin und her gehen mit einem stock zeigt er auf die tafel auf der vierecke rechtecke wellenlinien gemalt sind er skandiert scharf kalte und klare entschlossenheit initiative ich kehrte zur stadt zurück und ging ohne angst verhaftet zu werden in mein hotel ob jemand nach mir gefragt habe nein die ganzen tage hat niemand nach dem herrn leutnant gefragt und auch kein brief ist angekommen aber herr leutnant rief der portier ganz entsetzt herr leutnant haben den säbel vergessen können leicht einen anstand haben ich weiß schon gut ich presste das taschentuch an die wange hören sie einmal portier können sie mir sofort einen zivilanzug verschaffen aber in einer halben stunde spätestens muß er hier sein das ließe sich machen ich solle nur auf mein zimmer gehen und mich gedulden warum ich zivilanziehen wollte wußte ich nicht bestimmt jedenfalls fühlte ich das wäre der erste entschluss meiner initiative ich schaute in den spiegel meine backe war geschwollen blutunterlaufen in allen farben zog unterm auge der lange hieb der reitgärte im tobsuchtsanfall warf ich den alaunstein gegen den spiegel der ein großes loch davon trug von dem nach allen seiten hundert radien ausgingen endlich brachte der portier den geliehenen anzug er passte ganz gut für einen augenblick vergaß ich alles und drehte mich um mich selbst ich gefiel mir nur mit dem hemdkragen hatte es seine not alle waren zu niedrig und zu weit für meinen langen hals ich band deshalb einen schal um und ging auf die straße um ein modewarengeschäft zu suchen dort wollte ich mir den richtigen kragen kaufen nur ruhig das notwendige wird sich schon finden ich trat in einen laden haben sie sehr hohe stehkragen die verkäuferin breitete eine menge kragen vor mir aus hier wäre die marke kainz stehumlegekragen sehr schick nein der ist zu niedrig hier die marke dandy stehkragen mit englischen ecken wird sehr viel verlangt der kragen den ich brauche muß noch höher sein noch höher bitte da hätten wir diese marke globetrotter sehr fein und elegant nur für kavaliere auch der passte nicht plötzlich sah ich an der wand des ladens ein reklameplakat ein alter lachender herr hält zwischen zwei koketten fingern einen großen knopf auf den er einladend mit der hand deutet sein hals steckt in einem riesigen kragen der ihm bis über die ohren reicht und vorne weit ausgeschnitten ist ich zeigte auf das plakat sehen sie so einen kragen möchte ich haben das fräulein lachte solche kragen haben die herren vor hundert jahren getragen das sind doch so genannte vatermörder von diesem augenblick an kam eine gewisse dumpfe besonnenheit über mich als wüsste ich was zu tun wäre ehe ich mit irgendeinem kragen den ich gekauft hatte den laden verließ verlangte ich noch einen trauerflor und ließ mir den gleich um den arm heften warum ich das tat ich weiß es nicht ich weiß nur daß mir unendlich wehe und heimatlos ums herz war ich kehrte ins hotel zurück und vollendete meinen anzug dann erkundigte ich mich nach herrn seebär es hieß er wäre zwei tage ausgeblieben heute morgen aber für einen augenblick im hotel aufgetaucht und sogleich zur arbeit gegangen jetzt erst fiel mir sinaida ein vielleicht ist sie gar nicht tot beschützer hat ihren namen ausgestrichen dafür gibt es manchen grund sie lebt gewiß und er vielleicht ist er nichts als ein alter träumer der die welt nicht kennt und doch welche mächtige organisation hat dieser träumer hinter sich da es ihm gelungen ist jenen zettel in mein brot backen zu lassen also muß er in verbindung mit der errarischen bäckerei stehen muß einen mann haben der dieses eine brot von der pyramide weg stiehlt zum garnisons spital bringt und dort dem wärter übergibt der auch mit dem spiele sein muß aber die zarenreise war sie wahrheit war sie phantasterei verhungerter gehirne lebt sie naida ist sie denn überhaupt zu boden gesunken nein das habe ich nicht gesehen sie lebt aber wie ferne war mir dies alles habe ich sie denn jemals im leben gesehen war ich jemals mit russen spielern opium rauchern beisammen gewesen wer weiß ich habe schon ganz andere dinge geträumt russen spieler opium raucher das hatte ich doch schon einmal geträumt aber ganz gewiß und der schlitzäugige auch von ihm hatte ich geträumt sicherlich wann gleich viel sinaida lebt oder hat überhaupt niemals gelebt wie wenig aber bedeutet das für mich hatte ich doch eine aufgabe eine wichtige endgültige aufgabe ganz anderer art denn meine wange brannte brannte ich trat in ein restaurant um mich zu stärken kaum aber hatte ich ein paar löffel suppe zu mir genommen mußte ich hinaus und mich übergeben so also ging es nicht gott war streng und forderte das gelübde der enthaltsamkeit von mir bis ich's vollbracht haben würde ich trieb mich wieder in den straßen umher noch war die zeit nicht gekommen wenn ein höherer offizier mir begegnete fuhr ich mit meiner hand empor um zu salutieren und nestelte dann verlegen an der krempe meines steifen hutes endlich endlich von irgendeinem turm schlug es fünf uhr was das für ein vornehmes viertel war in dem mein vater wohnte und ich pfui teufel ich habe mir in meinem ganzen leben kaum zweimal bücher und noten kaufen dürfen herrgott ich bin der leihbibliothek noch geld schuldig und mit dem satt essen ist es auch nicht weit her selbst als kind als kadettenschüler sonntags vom häuslichen tisch stand ich hungrig auf wie gerne hätte ich ein stückchen fleisch noch auf den teller gelegt oder gar einen kolatschen eine buchtel vielleicht auch würde es mir die mutter nicht verwehrt haben aber ich war so bescheiden so feige bescheiden bitterkeit ach was hatte das alles zu bedeuten war doch der tag gekommen einst wird kommen der tag ist das nicht der schönste vers aus dem ganzen homer dreizehn jahre bin ich alt gewesen als ich über diesen einzigen vers tränen unverständlicher wonne vergoß ich musste stehen bleiben leb wohl alle schönheit dieser welt eine halbe stunde ging ich vor dem haus das eins der schönsten des ganzen gesandtschaftsviertels war auf und ab dann trat ich in die portierloge ist die generalin zu hause der mann in livret hochherrschaftlich backenbärtig legte langsam die brille auf die zeitung wurde vornehm ihre exzellenz sind heute morgen abgereist und mein vater ist auch nicht zu hause der alte lakai machte zuerst ein dummes gesicht dann erhob er sich schnell knickig lächelte untertänigst stammelte euer gnaden bitte gnädigst zu verzeihen kompliment gehorsamster diener habe nicht gleich erkannt seine exzellenz sind ausgefahren kommen immer erst gegen abend zurück bitte schön bitte sehr ich stieg die breite treppe hinauf der bursche des generals öffnete mir ich werde hier auf meinen vater warten führen sie mich weiter der bursche starr erstaunten gesichts ließ mich in einem großen zimmer allein in der mitte des sehr weiten raumes stand ein billardtisch mit einem schutzüberwurf von grüner leinwand am fenster aber ein mignon flügel neben dem klavier in einem schragen häuften sich klavierauszüge von operetten und notenheftchen mit den schlagern dieses jahres meine stiefmutter ich fühlte eine grimasse auf meinem gesicht das nebenzimmer dessen tür offen stand war ein kleiner rauchsalon von hier führte ein offener von portieren flankierter eingang in das schlafzimmer meines vaters das schon für die nacht in ordnung gebracht war ich sah das aufgeschlagene bett so deutlich war dieser raum vom billardzimmer sichtbar ich wartete lange dann rief ich den offiziersburschen hören sie ich kann nicht mehr länger bleiben richten sie ihm aus daß ich hier gewesen bin und morgen wiederkomme ich ging in den vorsaal der diener folgte mir wie bringe ich den nur fort es fiel mir ein meine schuhbänder fester zu schnüren währenddessen rief ich über die schulter sie können an ihre beschäftigung gehen er verschwand sogleich schlich ich mich auf den zehen in das billardzimmer zurück wo ich mich nach einem versteck um sah ich tastete die wanden lang um eine tapetentüre einen wandschrank zu entdecken dabei stieß ich ich weiß nicht wie mit der hoch ausgestreckten hand gegen eine etagere der nagel löste sich und mit ungeheurem gepolter fiel das gestelle und alles was darauf stand zu boden hoch aufhorchte ich eine sekunde zwei sekunden eine minute zwei minuten fünf minuten es rührte sich nichts niemand hatte den lärm gehört ich begriff sofort das dienerzimmer und küche sehr weit entfernt vielleicht in einem anderen stockwerk sich befinden mussten ich ging daran die etagere zur seite zu schaffen und die gegenstände aufzuklauben billardkugeln zwei hatten sich unter die möbel verrollt die dritte rote hielt ich mit einem merkwürdigen grauen in der hand warum heute weiß ich es sonst lagen noch gerahmte und ungerahmte fotografien auf der erde lauter unbekannte menschen in parade frack balltoilette herausfordernde gesichter verächtlich auf mich gerichtet da aber war noch eine fotografie ein kadett nicht älter als dreizehn jahre die rechte hand auf ein geländer stützend wie auf befehl das verängstigte gesicht schief mystischer schreck lebte der noch immer wollte er denn nie und nimmer tot begraben vorbei sein dieser kinderleichnam warum schied er nicht aus meinem blut mein gott ich zerriß das bild mein herz brach fast dabei er der vater hatte es nicht unterlassen diese siegestrophäe in seinem zimmer aufzustellen noch etwas jesus das war ja eine der handeln mit denen ich damals in den ferien turnübungen machen musste wie schwer sie ist ich erinnerte mich an hundert stunden und drückte das kalte metall an meine brust diesen zeugen von angst und unglück das mich niemals verlassen hat nach so vielen jahren musste ich sie hier finden das war kein zufall so lange war sie verborgen geblieben jetzt aber in dieser stunde kommt dieser alte hantel mir entgegen sucht mich gleichsam lockt mich heran mir jenen gedanken einzugeben einzugeben nein zu sagen zuzurufen den ich sogleich verstehe ich stutzte einen augenblick sollte ich sie missverstehen dieses stück eisen bittet es etwa für meinen vater der es jahrzehntelang mit sich schleppt der es nicht zum gerümpel nicht auf den kehrichthaufen wirft nicht dorthin von wo es zum schmelzofen wandern und um seine form kommen muß ist diese hantel meiner kindheit dem vater für den schutz dankbar warum denn hat er sie aufbewahrt und ihr nach so vielen übersiedlungen hier in diesem staatszimmer einen raum gegönnt warum war es ganz gewöhnliche unachtsamkeit ah nein seinem blick entgeht keine blindheit auf einem messingknopf war es empfindsamkeit verborgenes erinnerungsgefühl das dem kleinen knaben galt der einmal sein sohn gewesen war ich hielt den eisenkopf der hantel ans ohr keine antwort sie blieb stumm für mich antwort genug ich verstand sie es mußte geschehen ich prüfte die festigkeit der beiden köpfe ob sie gut auf dem stiel säßen das ding war wie aus einem guß da steckte ich es in meine tasche indessen war es schon recht dunkel geworden draußen sprang das licht der laternen auf die fenster malten gelbe lichtquadrate auf möbel und fußboden ich entschloss mich unters billiard zu kriechen so war ich am besten verborgen in die leinwand des überzugs schnitt ich mit dem taschenmesser ein loch ähnlich der klappe im theatervorhang so nun konnte ich genau beobachten was hier und in den anstoßenden zimmern vorging ich weiß nicht warum plötzlich erfasste mich eine wütende lust mich zu verraten unerhört klavier zu spielen göttlich zu fantasieren durch die ungeheuren akkorde alles hässliche zu vernichten nur mit mühe hielt ich mich fest auf meiner stirne stand der schweiß in großen kalten tropfen so viel kraft brauchte ich dieses gelüste zu überwinden jetzt erst merkte ich dass gleichmäßigen schrittes eine große uhr im zimmer tickte ich klammerte meine finger um die hantel es schlug acht uhr es schlug halb neun es schlug neun draußen schallte die brandung der stadt schwächer was wollte ich eigentlich hier ich wußte es nicht ich wußte nichts da ganz ferne hörte ich einen schlüssel knirschen ich drückte den kopf in meine hände so war es gewesen damals sechs jahre alt und noch jünger der schlüssel knirschte genauso ich vernahm es bis tief in meinen traum dann tappten schritte kamen näher immer näher ich verging vor furcht ich spürte hinter den geschlossenen augenlidern eine sanfte helligkeit und jetzt beugte sich jemand über mich damals nun aber meine wange brannte wie feuer wie feuer laut stieß ich diese worte hervor als hoffte ich noch immer mich zu verraten im vorsaal schritte und stimmen es waren zwei die sprachen einer befahl und einer wiederholte die befehle die türe ging auf mein vater trat ein der bursche folgte also war er hier gewesen befählen ich frage mein sohn war hier gewesen jawohl exzellenz wie hat er ausgesehen noch so exzellenz ich bin gehorsamst ich weiß nicht schauen sie sich die leute nächstens besser an jawohl exzellenz haben sie mir die pastillen vorbereitet sie stehen auf dem nachttisch exzellenz und die wärmflasche die werde ich gleich bringen exzellenz wann war er hier befählen wann der karl wann mein sohn hier war frag ich so um halb sechs und ist um viertel sieben wieder fortgegangen hat er keine nachricht hinterlassen jawohl exzellenz der herr hat gesagt daß er morgen wiederkommen will herr herr welcher herr der herr leutnant exzellenz ich meld gehorsamst der herr leutnant waren in zivil was in zivil während einer untersuchung in zivil unerhört sporenklirrend ging der general auf und ab die worte pastillen wärmflasche hatten mich fast verstört aber das unerhört von widerwärtigem sporenhochmut begleitet brachte mich in wut jetzt kam der bursche mit der wärmflasche der general hustete hat der herr leutnant nicht so krank ausgesehen jawohl exzellenz bissl blessiert wo hat der herr leutnant denn gewartet hier im zimmer so der general machte eine pause rasselte heftig dann sagte er als abschluss mehrfach angestellter erwägungen morgen sagen sie dem herr leutnant daß ich dienstlich hier nicht empfange daß ich hier überhaupt nicht empfange verstanden zu befehl exzellenz über den letzten satz geriet ich außerrand und band er hatte mich geschlagen gepeitscht und spielte die allerhöchste dienstkomödie weiter fester faßte ich die handle ein wort war jetzt in mir es ist besiegelt die haut auf meinem gesicht spannte sich vor brand und erregung ich fühlte daß jetzt das zerstörte gewebe meiner wunde durch die spannung stellenweise aufbrach und das blut langsam warm über die wange lief nun mir war es recht mehr noch willkommen mein vater hatte sich unterdessen in sein schlafzimmer begeben der diener half ihm beim auskleiden ich wandte mich ab scham verhinderte mich hinzuschauen deutlich hörte ich nur das ächzen stöhnen und gähnen eines mannes der nicht der gesündeste ist endlich entfernte sich der diener der general drehte der knopf war über dem bett das elektrische licht mit einer bewegung in allen zimmern ab nun war es ganz finster ein unwilliger körper warf sich hin und her feucht war meine stirn immer noch rann das blut über die backe meine hände waren schon ganz nass davon ich wartete das nächste schlagen der standuhr ab zehn nach dem letzten schlag kroch ich aus meinem versteck hervor was geschehen werde ich wußte es nicht meine gedanken wurden von diesem sinnlos wiederholten satz beherrscht ins reine kommen meine rechte hielt die handel fest umfasst ich zählte bis drei gewillt beim dritten das zeichen zum weltuntergang zu geben eins zwei drei ich gab mir einen ruck trat auf fußspitzen zur portierentüre des schlafzimmers stellte mich so auf daß ich nicht gesehen werden konnte lange verweilte ich so dann hob ich die handel und klopfte mächtig an den dumpf schallenden türpfosten ich hörte wie einer aus dem bett auffuhr heisere halbschlafstimme wurde laut wer ist hier ich antwortete nicht jetzt war im zimmer wieder alles ruhig aber ich fühlte er sitzt atemlos im bett und horcht zum zweitenmal drei furchtbare schläge an den pfosten der drinnen sprang aus dem bett ein schneller fast jammernder atem flog tasten einer hand nach dem knopf des elektrischen nichtes da klopfte ich weitausholend zum drittenmal und rief vater wild sprang das licht in allen räumen auf und jetzt hoch erhob ich die handel wer aber trat mir entgegen die füße in schlurfenen pantoffeln einen langen grauen schlafrock umgehängt die gürtelschnur vorne nicht zugebunden weiße haare zerzaust der schnurrbart ungestutzt ungefärbt grau hart hinabstechend schwere tränen säcke unter kleinen sterbens erschrockenen augen totgezeichnete backenknochen blaue lippen die der zähne hässliches gold angstklaffend nicht mehr verbargen der also aus der tür schwankte der alte mensch war mein vater du fragte eine röchelnde stimme ich sagte eine andere scheppern zerbrochenen klanges langsam rann mir das blut über wange kragen anzug und tropfte dick auf die paar ketten ich trat die handel immer hoch erhoben zum billard und befahl dem alten komm wo war der general wo der rasselnde feld und weltherr ein greis im schlafrock sein betäubtes auge auf die waffe in meiner hand auf das blut in meinem gesicht richtend gehorchte wortlos und blieb in entfernung zitternd stehen ich stampfte mit dem fuß komm den körper meines vaters schüttelte sichtliches fieber er sah aus wie ein mensch der gegen wüsten traum kämpft er duckte sich versuchte etwas zu sagen kein wort kein ton gelang mein ganzes wesen erschütterte göttlicher rausch ich wartete auf das große stichwort die hand mit der handel straffte sich immer höher höher mit aufgerissenen augen sah mich der vater an kein wort noch immer brachte er hervor meine hypnose war so stark daß er den blick von mir nicht wegwandte noch auch zur türe lief was für ihn leicht gewesen wäre ich bog den arm ausholend zurück und da geschah etwas wahnsinniges in meine beine fuhr ein rhythmus über den ich nichts vermochte gebieterisch streckte ich die unbewaffnete hand aus der vater duckte sich noch tiefer schützte mit den beiden händen sein hinterhaupt und ich verfolgte ihn gleichmäßig stampfenden schrittes runde auf runde um den billardtisch er keuchte vor mir her und ich die beine im tempo dieses unheimlichen triumphmarsches streckend abstand niemals verringernd niemals erweiternd schritt hinterher die hand mit der waffe erhoben den kopf zurückwerfend in bewusstloser begeisterung immer asthmatischer wurden die atemzüge des gejagten sein schlafrock aufgebunden weitärmelig rutschte über die schulter immer weiter fiel endlich ganz von ihm das war kein offizier mehr ein nackter greis mit mager tief durchfurchtem rücken schwankte vor mir her die wahrheit dachte ich die wahrheit das triumphgeheimnis des unverständlichen rhythmus genießend immer mit hocherhobener hantel stampfte ich weiter wie lange der marsch die gemessene jagd um den tisch wehrte ich weiß es nicht der andere verlor erst den einen pantoffel dann den zweiten schließlich torkelte er splitternackt vor mir ich hielt nicht inne die schwarze magie wußte ich darf nicht schwächer werden plötzlich blieb der alte nackte mann stehen drehte sich zu mir um und fiel keuchend auf die knie in seinen flehend erhobenen händen lag die bitte tu es schnell vor mir kniete kein neunundfünfzigjähriger vor mir kniete ein achtzigjähriger noch einmal wahnsinn unerträglicher triumph doch jetzt das hatte ich nicht gewollt daß dieser vater vor mir kniet er soll es nicht tun keiner ist das papa ich weiß es nicht aber ich werde diesen kranken nicht töten weil ich es nicht genau weiß leid mitleid noch immer kniete mein vater vor mir aber was ist das überall auf der erde in breiten klecksen blut was habe ich getan ist das sein blut habe ich sein blut vergossen o gott was ist das nein nein dank dank ich bin kein mörder es ist ja mein blut das er vergossen hat mein blut und doch geheimnis sein blut unser blut hier auf der erde in diesem augenblick hatte ich eine vision einen gedanken den ich jetzt noch nicht verraten darf ich hob den general auf und warf ihm seinen schlafrock um die schultern geh schlafen das war der einzige satz der in dieser nachtstunde gesprochen worden war später auf der straße schleuderte ich die hantel und mit ihr die krankheit der kindheit von mir abschnitt zehn von nicht der mörder der ermordete ist schuldig von franz werfel diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von boris greff dritter teil was seit jener abgründigen stunde in jahr und tag sich begeben hat das des weiteren aufzuzeichnen widerstrebt mir nun ich war in allen drei anklage punkten schuldig befunden und hauptsächlich wegen tätlicher misshandlung eines höheren nach militärischem strafrecht zu neun monaten garnisons arrest verurteilt worden meinen vater habe ich während meiner haft und auch nachher nicht mehr gesehen später zu beginn des weltkrieges in new york las ich in den zeitungen öfters seinen namen der aber nach und nach aus den berichten verschwand der sogleich zum general der infanterie avancierte führer dürfte unter den ersten generalen gewesen sein die schuldig oder unschuldig meist jedoch schuldig abgesägt worden waren ob er heute noch lebt wo und nachdem macht und einfluss seiner gesellschaftsschicht zerschmolzen sind in welchem ausgedinge das weiß ich nicht ich wende mein haupt nicht mehr rückwärts ich bin mit ihm und als einer der an der sogenannten alten militärgrenze geboren wurde auch mit meiner alten heimat fertig ave adque vale ihnen beiden während meiner haft hatte ich mir durch notenkopieren kollationieren korrigieren einiges geld verdient meine ersparnisse nach der entlassung waren etwas größer als die kosten eines ticket dritter klasse und die gesetzlich vorgeschriebene summe betragen die man vorweisen muss um hüben an land gehen zu dürfen ach als ich die kanzlei des garnisonsgerichts verlassen hatte meine ersparnisse und die endgültig letzte militärische löhnung in der tasche war ich zum ersten mal im leben frei sogleich verkaufte ich meine ganze militärgarderobe schaffte mir einen zivilanzug und das sonst noch nötiger an nahm ein für drei tage gültiges schnellzugsbillet nach hamburg und verließ eines schönen juli morgens die residenz die lustig in ihrer flittrigen frühe dalag ohne das schon deutliche verhängnis auch nur zu ahnen nach einer reise von wenigen stunden fuhr der zug in die bahnhofshalle jener großen landeshauptstadt ein in der ich meine kindheit verbracht habe ich weiß nicht trieb mich der teufel oder war es der wunsch in dieser uralten krönungsstadt endgültig abschied von der alten welt zu nehmen ich ergriff meinen koffer stieg aus und beschloss erst morgen weiter zu fahren es war mittag die sonne schwamm auf noch regenfeuchten straßen dies alles war fremd für mich und wie aus mir gelöscht die luft drückte staubig angestrengt die gesichter der menschen mich befiel zuerst langeweile dann ein recht unerklärliches missbehagen ich wurde nervös und begann die unterbrechung meiner reise zu bedauern ein endlos langer nachmittag stand stöhnend vor mir da fiel mir an irgendeiner litfaßsäule ein plakat auf hetzinsel vergnügungspark kinematograph scenic railway rutschbahn militärmusik restaurant vorzügliche kalte und warme küche hetzinsel das kannte ich doch schon dort mußte ich doch damals gewesen sein ich hatte das richtige programm für diesen öden nachmittag gefunden ich trat durch ein luftiges torgerüste von dem viele fahnen niederwehten durcheinandergewälzter schall von elektrischen orgelmusiken empfing mich und mit einem schlage war jener dreizehnte geburtstag in mir lebendig nun war alles im laufe der jahre dürftig und fadenscheinig geworden die karusselle drehten sich langsamer ihre buntheit war ein wenig entzaubert durchlöchert und verblaßt wehten die sofitten im winde des kreislaufs vor der grottenbahn stand nicht mehr ein zwerg und eine riesin quäkend paukenschlagend nein ein herr im gehrock mit großer uhrkette der ebensogut hofrat oder intendant eines stadttheaters hätte sein können allerdings die märchenautomaten an der außenwand des gebäudes ruckten und zuckten noch immer und auch der mechanische mozart schlug seinem unsichtbaren orchester unermüdlich noch immer diesen gespenstisch unzugehörigen takt aber wer von uns war so sehr gealtert das wetter war eben nicht das beste unmut starrte am himmel ein gewitterwind kreiselte staub papier unrat schalen fetzen und die kleinen koriandoli blättchen eines verstorbenen sommerfestes durcheinander da es wochentag war schlenderten anders als damals nur wenig besucher durch die budenstraßen faul schweigend pfeifenrauchend nur manchmal aufkeifend standen die budenbesitzer und verkäufer einzeln und in kleinen gruppen nichts gar nichts ließ vermuten daß die gähnende geschäftsschwache muße eines schwülen dienstagnachmittags durch irgendein ereignis getrübt worden war die barbarisch gewaltige musik war die alte geblieben ich erkannte sie und kaum weniger als damals verwirrte sie mit ihren stürmen mein bewußtsein wie ich so in dem infernalischen feuerregen der herrlich hervordröhnenden opernarien stand stieg in mir die erinnerung an eine bude an jene bude auf in der charakterpuppen in schulbänken und auf einer scheibe sich bewegen ja die bude dort wo ich damals an meinem geburtstag falsch ausgeholt und statt den kopf jener figur zu treffen ihn den major getroffen hatte ich ging über einen platz mein blick traf das becken einer nicht springenden fontäne der wasserspiegel war gekräuselt da trat ich zu einem der gaffenen ladenhüter können sie mir sagen wo die bude mit den automatischen figuren steht denen man die hüte vom kopf wirft der mann sah mich an als hätte er gerade diese frage erwartet sie meinen natürlich die bude des alten kalender wie der mann heißt weiß ich nicht nun der kalender der gestern in der früh ermordet worden ist kalender aber die ganze stadt spricht ja davon der alte ist von seinem sohn dem lumpen umgebracht worden vom august dem halunken ich bin erst heute hier angekommen ich dachte halt sie wollen die bude auch sehen die leute laufen ja den ganzen tag gestern und heute massenhaft hin die neugierigen nichts tuer die das ganze geschäft wird einem verdorben wenn das so weitergeht sakrament der mann spuckte bedächtig aus in mir dämmerte es eine ahnung der verkäufer fragte haben sie denn die zeitung nicht gelesen die morgenpost von heute nein so was der mann sah mich mit ehrlicher verachtung an das ist ein schlechter bürger der keine zeitungen buchstabiert plötzlich entschloß er sich warten sie er ging in die bude kam wieder so da ist die morgenpost dieser artikel da nein der nicht hier dieser rechts unten wie sie können das blatt behalten ist schon recht ich brauche es nicht mehr was wo die bude ist ein paar schritte von hier her dort sehen sie wo die leute stehen gleich rechte hand vom ausgang danke ich nahm die zeitung und blas im weitergehen ich setze das wörtliche zitat des artikels den ich aufbewahrt habe hierher vater und sohn die bluttat eines verbrecherischen sohnes die zeiten werden immer düsterer katastrophen lauern schwere gewitterwolken türmen sich am politischen horizont das in sarajevo vergossene fürstenblut unsühnbar ruft es nach rache europa die ganze gesittete welt steht zum sprunge bereit in unheimlicher spannung da und die schatten unter deren wucht die menschheit erschauert werfen sich auch über das schicksal des einzelnen das schicksal der familien die verbrechen häufen sich alle menschlichen beziehungen sind durch den wurm des gewinnsüchtig egoistischen cynismus angefressen die bande der familie sehen wir gelockert bruder erhebt die hand gegen bruder und wer vermöchte es ohne entsetzen auszudenken der geliebte der gehegte sohn spaltet kaltblütig mit einem beil des gütigen vaters schädel ja wir sehen es ringsum und haben niemals in unserem kampf gegen schundliteratur unmäßigen kinobesuch usw unterlassen den finger auf diese schwärende wunde zu legen eine lasterhafte jugend ist herangewachsen die alle gesetze alles was der väter mühsal geschaffen und erworben hat mit füßen tritt libertinage arbeitsscheu vergnügungssucht snobismus kaltherzigkeit das scheinen die haupteigenschaften dieser jugend zu sein man braucht ja nur einen blick auf die erzeugnisse der kunst und literatur zu werfen wie sie von diesen jungen leuten kreiert werden epathele bourgeois das ist heute noch mehr trumpf als sonst und wird keineswegs mit jenem gutmütigen humor getrieben dessen wir älteren noch gern gedenken wenn wir die werke der naturalisten von damals betrachten die ja auch nicht gerade sanfte lämmer waren und mit ihren allotrien anulkungen satiren den spießbürger recht empfindlich gezaust haben dennoch zeichnete diese heute nicht mehr junge generation warmes soziales mitempfinden aufbauender sinn verständnis für vaterland und ordnung und bei allem pessimismus herzhafter lebenshumor aus hingegen die jüngsten ihre produktivität ist der haß gegen alles bestehende fast möchte man sagen haß an sich wir können nicht umhin angesichts der neuesten erzeugnisse der deutschen literatur mit altmeister goethe auszurufen doch dies ist einer von den neuesten er wird sich grenzenlos erdreusten ja dieses geschlecht hat wohl die zerstörungswut eines karl moor aber nicht die hohe heldische einsicht die ihm unser dichter heros in den mund legt daß nämlich zwei kerle wie er imstande wären den ganzen sittlichen bau der welt zu zertrümmern in anbetracht dieser jungen zügellosen menschen wandelt oft auch den liberalen mann die sehnsucht an ein eiserner besen möchte all das faule und morsche unerbittlich hinwegfegen ja eine generation von kinoläufern kaffeehaushockern barhelden drängt nach vorwärts ihr ideal ist der hochstabler großen stils der sexuelle psychopath mit einem wort der verbrecher dieses ideal wie jedes fordert seine opfer in den höheren klassen der gesellschaft verfallen die söhne dem spiel dem nichtstun der verschwendung den sinnlichen lastern und schließlich den binärischen krankheiten in den niederungen aber ist der sprung zum mörder ein katzensprung und in der tat einer dieser hoffnungsvollen jünglinge die fantasie von detektivromanen zerfetzt geht hin und mordet seinen vater wer kennt nicht weit und breit den alten kalender er war das was man eine stadtbekannte figur nennt seine bude auf der hetzinsel ist bei alt und jung beliebt wer von unseren mitbürgern hat nicht schon einmal mit den festen bällen einer der grotesken figuren den hut vom kopf zu schleudern versucht diesen charakterpuppen denen ein gewisser künstlerischer wert keineswegs abgesprochen werden kann galt die liebe julius kalenders er war fast ein puppenspieler im alten sinne und demjenigen der verständnis für markig deutsche art hat wird die kostbare erzählung theodor storms von pole poppenspäler einfallen julius kalender war ein jovialer mann von nahezu 60 jahren trug immer eine soldatenmütze die den früheren wachtmeister erkennen ließ und war wenn er behaglich vor seiner bude stand für seine lustigen scherze seine schlagfertigen bemerkungen berühmt denen auch die politische würze nicht fehlte den reinen gegensatz zu diesem prächtigen mann stellt der eigene sohn dar august kalender war jener heiter so ist dieser meist mürsch und verdrossen besaß der vater gutmütigkeit eine polternd rechtliche lebensart der sohn ist tückisch verschlagen und weiß nicht im geringsten gut und böse zu unterscheiden war julius darauf bedacht nicht nur sein auskommen zu finden sondern auch etwas in den strumpf zu tun um der einst seinem einzigen eine erbschaft hinterlassen zu können august vereitelte diese absicht so gut er konnte indem er immer wieder die schwer erworbenen groschen dem vater herauslockte der in selten gutartiger weise jedes mal für die schulden des sohnes aufkam der einzige vorwurf den wir diesem armen vater machen könnten wäre warum hast du deinen jungen nichts ordentliches lernen lassen ist eine umgebung von jahrmarktsbuden kasballtheatern panoptiken gauklerunternehmungen der richtige ort für einen heranwachsenden buben aber diesen vorwurf hätte der lustige julius gewiß nicht verstanden dazu war er selbst zu viel zigeuner trotz seiner seßhaftigkeit und des bürgerrechts zu viel kind des grünen wagens augusts kindheit und jugend muß gewiß so glücklich und frei gewesen sein wie sich der phantastischste neid eines stadtkindes gar nicht vorstellen kann volks- und bürgerschule machten ihm kein kopfzerbrechen denn sein vater war leider nicht der mann über ein schlechtes zeugnis oder über eine minder entsprechende sittennote zu murren wenn andere knaben ganze nachmittage lang und manche nachtstunde dazu über ihre aufgaben gebeugt saßen august durfte dem vater in der bude wo es immer lustig zuging mithelfen genoss das glück ein kind der hetzinsel zu sein durfte ein dasein führen das für andere jungen die höchste romantik einschloss es ist erwiesen die unglückselige mutter hat es selbst beteuert dass der alte seinem sohn niemals vorwürfe machte sondern wenn auch seufzend alles her gab was august von ihm verlangte so liebte er diesen sohn der kein kind mehr war sondern ein erwachsener mann von fünfundzwanzig jahren aber nicht nur die mutter auch andere haben sich gefunden die für die abgöttische liebe des vaters zu seinem sohn zeugnis legen und dennoch vor vierundzwanzig stunden um fünf uhr morgens lockt august der sohn vater julius kalender unter irgendeinem vorwand aus der bude verwickelt ihn in ein gespräch und erschlägt ihn angesichts der grotesken puppen mit dem beil der grund er ist vorläufig ein rätsel und es steht dahin ob die menschliche justiz fähig sein wird dieses rätsel zu lösen denn so oft auch der sohn im laufe der jahre den vater beraubt und bestohlen hatte diesmal nahm er nichts unberührt blieb die wohlgefüllte brieftasche des budenbesitzers es ist ganz gewiß ein auch nur beabsichtigter raubmord liegt nicht vor august k ist ein so abgefeimter schurke dass er nach vollbrachter tat sicherlich nicht aus gram und reue davon abgestanden wäre das geld des vaters in den wenigen stunden die ihm blieben zu verjuchsen zur zeit des mordes war kein mensch im ganzen vergnügungspark wach der mörder schleppte kaltblütig sein opfer zu einem nahen längst verlassenen bauplatz wo viele lagen von morschen brettern und altem baumaterial aufgeschichtet sind der sohn warf den ermordeten vater nach guter berechnung in eine alte kalkgrube häufte reisig einen sack fetzen über ihn trug einen stapel langer bretter herbei und legte sie breit und hoch über die kalkgrube daß es den anschein hatte sie wären hier seit je so gelegen diese arbeit spricht von der riesen kraft und von der robusten verbrechernatur dieses unmenschen es ist der reine zufall dass ein lumpensammler nach zehn stunden blutspuren auf den brettern entdeckte und die polizei aufmerksam machte august hat damit gerechnet dass das verbrechen verborgen bleiben würde das zeigt seine ganze handlungsweise und doch die unberührte brieftasche steckte in der brusttasche des toten ein raubmord nein ein affektmord nein die mutter schwört es hätte zwischen vater und sohn keinen streit gegeben der vater wäre sowieso immer nachgiebig gewesen ja er habe vor august immer eine gewisse angst gehabt und was sagt der mörder selbst aus nichts er schweigt er zuckt die achseln wir stehen hier vor der sphinx der menschlichen psyche vor dem unergründlichen geheimnis ich konnte nicht weiterlesen mit vielen spalten füllte dieser artikel die seiten der zeitung mir schwamm es vor den augen hier ich stand vor einem ausgang des vergnügungsparks ach rechte hand ein häuflein menschen in heftigem gespräch ich ging auf die bude zu und ich glaube es ist bei allen menschen so bei mir wenigstens setzten sich alle erkenntnisse intuitionen einfälle aufhellungen kurz alle geistigen erlebnisse sofort in körperzustände der heftigsten art um witz karlauer lustig machen zieht mir wie jede andere hässliche empfindung das innere abwärts vom zwerchfell wie durch scharfe säure zusammen religion musik erkenntnis alles gute durchschüttert herz und lungenpartie erzeugt weinkrämpfe aber es ist noch etwas da die ärzte behaupten der menschliche körper schließe zwei nervensysteme ein das vagische und das sympathetische ich aber behaupte mögen mich die mediziner auch auslachen es gibt noch ein drittes nervensystem in uns ich wenigstens erlebe seinen bestand täglich ja ein drittes unerforschtes nervensystem das ich in aller bescheidenheit den nervus magicus nennen will wir alle haben in unserer jugend mit vorliebe geistergeschichten verschlungen und wenn sich in der erzählung das gespenst oder irgendeine grausige erscheinung zeigte und es vom helden hieß das kalte schauer ihm über den rücken liefen haben wir diese schauer mitempfunden kalte schauer das ist eine gar nicht so schlechte bezeichnung für das vibrieren des dritten nervensystems allerdings rücken ist ungenau die klaviatur auf denen diese schauer spielen der nervus magicus liegt außerhalb unserer materiellen natur und hat in jener unerforscht feinen substanz seinen ort die uns umgibt von uns und zu uns zurückstrahlt in jener substanz die einige den perispri andere aura nennen und die tatsächlich ihre höchste dichtigkeit im rücken unserer person besitzt schwingt dieses dritte nervensystem von der hand der abgründigen mächte angerührt so erwachen erkenntnisse zustände kräfte in uns die treten sie ins dunkel zurück keine spuren hinterlassen der sprache sich entziehen und des gedächtnisses spotten man wird mich verstehen ich stand vor der bude des ermordeten vor jener bude wo auch ich vor vielen vielen jahren das blut meines vaters vergossen hatte damals ehe ich in das schwere nervenfieber verfiel das meine knabenjahre so sehr zerrüttete damals hatte sich ein gelbes hohläugiges bubengesicht über mich gebeugt wie aufmerksam wie seltsam interessiert war dieses starrende gesicht gewesen jenes letzte bild ehe mich der krankhafte schlaf anfiel und dieser gleichaltrige er schweigt vor dem richter er weiß den grund nicht aber hat er nicht das vollbracht was er an jenem fernen tage von mir sehen mußte ach mir war vielleicht nur aus angstzitternder hand zu früh der ball gefahren aber dennoch ich hatte dem knaben gelehrt daß es andere ziele gibt als die hüte ohnmächtiger puppen und julius kalender deutlich stand er vor mir freundlich flatterte der rötlich errarische backenbart à la franz joseph die dicke uhrkette zeigte den mann der das leben von der bekömmlichen seite nahm das war kein kanzleifuchs kein kaserntyrann das war ein behaglicher stammtischgast einer der mit den augen zwinkert beim dritten bier schon der auflauschenden runde seine zötchen und anekdötchen zum besten gibt und doch dieser gute offensichtlich gutartige mensch weil er vater war hat er daran glauben müssen die menschen vor der bude man konnte gar nicht hineinsehen standen vor klugheit und gespanntheit alle wie auf einem bein sie sprachen über den mord erregt glücklich daß endlich einmal was vorgefallen war daß es etwas gab was wie ein heißer grog auf neugier und selbstbewusstsein wirkt sie schrien und stießen verwünschungen gegen august den mörder des vaters julius aus hinter dem ladentisch wo sich noch immer in großen körben und schalen die pyramiden der bälle bauten stand eine ältere frau mit umhängekragen kapotthütchen und schwarzen gestrickten halbhandschuhen in unverkennbar sächsischem dialekt forderte sie die schwätzenden menschen auf nur immer ran die herren einmal das glück versuchen zehn würfel fünf sechser aber was war das neben ihr tauchte plötzlich ein bub auf ein gelblich schwacher junge mit ungeheuer tiefliegenden umschatteten augen der noch nicht dreizehn jahre alt sein mochte august kalender ich wer der knabe verschwand nach hinten auch er wird lernen er der immer wiedergeborene der ewig dreizehnjährige in diesem augenblick als hätten sie sich so lange verborgen gehalten um meinen gedanken nicht zu stören erblickte ich erfasste mich der irrsinnsrhythmus der charakterpuppen o fürchterlicher akkord auf dem nervus magicus auf und niederschwebend grinsend grüßend waren sie alle da der mandarin der neger die terjacke der henker der phantasieoffizier höhnisch fuhren sie aus den schulbänken ihres mystischen nachsitzens auf versteckten sich wieder wie leute die sich nicht greifen verhaften lassen gar nicht daran denken ihre beute herzugeben ihrer unverletzlichkeit so gewiss sind daß sie durch freches auf und nieder der häscher noch spotten auf ihrer drehscheibe aber wandelten schlotternd in zunderndem bratenrock und trauerzylinder die opiumraucher elegisch an der imaginären türe vorbei wer seid ihr wer seid ihr alle in eurer ungerührten bewegung seid ihr unsere neben vor und nach menschen die milliarden unbekannten die uns auf der straße und in den sälen des lebens begegnen seid ihr die zerbrochenen toten die nach unbegreiflichem gesetz den einmaligen gedanken ihrer form weiter durch unsere rein bis in alle ewigkeit tragen müssen seid ihr die noch ungeborenen all schatten die eine künftige existenz in die gegenwart vorauswirft seid ihr die mächte und gewalten der tiefe und höhe die unsumme gestaltloser wesen wesenloser gestalten doch wirkender schicksale die sich zwischen die beiden einzig realen pole der welt drängen zwischen das ich und das du seid ihr die erzeuger der bewegungen von ursprung an die zeuger zeiger und zeugen aller morde kriege aufopferungen heldentaten werke verbrechen liebschaften spaziergänge feste hochzeiten vergnügungsfahrten sterbenseufzer erdbeben und gartenwindchen die großen ruhe und unruhestifter die geheimnisvollen spindeln von denen die unsichtbaren fäden sich abspulen die alles lebendige untereinander verbinden wer seid ihr wer seid ihr nichts unterbrach den rhythmus jener mächte nur die alte sächsin forderte mich auf mein glück zu versuchen ich aber verließ die hetzinsel und reiste noch am selben abend weiter von hamburg schrieb ich folgenden brief und das waren gleichsam meine letzten worte an die alte welt an die k k staatsanwaltschaft zu mein herr staatsanwalt als unbekannter wende ich mich in einer sache an sie die mir sehr am herzen liegt müßte ich ein pseudonym wählen um meinem recht gewöhnlichen namen einen sinn zu geben ich würde mich parizida nennen ihre humanistische schulbildung wird zugleich wissen was die römer unter dieser vokabel verstanden und sie werden sich gewiss auch des weiteren erinnern dass es herzog johannes mit dem beinamen parizida war der seinen vater den deutschen kaiser albrecht auf einem spazierritt vom leben zum tode beförderte ich sage das nur um zu beweisen daß jene zeitung ihrer hauptstadt morgenpost deutsches tagblatt gegründet 1848 vom 4 juli 1914 unrecht hat wenn sie in ihrem feuilleton behauptet der vatermord wäre ein privileg der unteren gesellschaftsschichten er kommt wie jene allerdings vor grauen jahren begangene tat zeigt in den besten kreisen vor ich zum beispiel stamme aus einem alten offiziersgeschlecht und habe dennoch meinen vater zweimal getötet wobei es das erste mal sogar recht blutig zuging ich erwähne mein verehrter herr staatsanwalt den eigenen fall nur um in ihnen ein tieferes verständnis für einen anderen fall zu wecken den sie gewiß amtlich zu bearbeiten haben werden ich meine natürlich den fall des vatermörders august kalender aber mein lieber herr duschek höre ich sie sagen wie können sie einem juristen zumuten diese beiden fälle miteinander zu vergleichen denn erstens ihr herr vater seine exzellenz der feldmarschall lebt ja noch hier mein werter herr doktor muß ich sie leider unterbrechen denn theoretisch kommt es ja gar nicht darauf an daß mein vater lebt ich sehe sie ein wenig spöttisch lächeln und sie belieben zu bemerken für einen philosophen theologen oder sonst einen kathedermenschen mag es vielleicht theoretisch wirklich gleichgültig sein für den juristen aber ist nur das reale faktum gültig und vorhanden und dann ihr herr vater ist wohl dem alten julius kalender recht wenig vergleichbar wer hat den strammen strengen feschen offizier vor jahren in unserer stadt nicht gekannt das war der richtige marssohn ein rauer kriegsmann soldat von echtem schrot und korn bei dem es keine weichheiten und nachgiebigkeiten gab der sohn eines solch schneidigen geraden mannes ist gewiß nicht auf daunen gebettet er muß etwas leisten empfängt mehr scheldworte als belobungen und da wir juristen ja seelenkenner und erfahrene psychologen sind können wir die meinung gelten lassen daß durch solche vielleicht allzu straffe erziehung in einer jungen seele wunden brüchigkeiten schorfe entstehen die später zu hass feindschaft und bösen taten führen mögen daß das gesagte bei ihnen gewissermaßen eingetreten ist und auch bestraft wurde ist hier amts bekannt sie sehen herr parizida ein staatsanwalt hat mitunter auch das zeug zum verteidiger aber stimmen denn die oben genannten mildernden umstände für den bestialischen august war sein vater nicht ein bonhomme eine art künstlernatur ein gutmütiger witzbold ein schwächlicher papa der niemals radau machte und die sauf und huren schulden jenes sauberen gesellen immer wieder zahlte erlauben sie mir mein herr staatsanwalt hier eine bemerkung ob der vater hart oder weichmütig ist bleibt sich in seinem letzten sinne fast gleichgültig er wird gehaßt und geliebt nicht weil er böse und gut sondern weil er vater ist dieses geheimnis diese sehr unscheinbare aber recht tief reichende erkenntnis habe ich den schwersten stunden meines lebens zu verdanken vor allem einer stunde wo viel vom wesen der welt sich meinem gefühl enthüllte sie fragen wenn der hass gegen die väter ein allgemeines naturgesetz ist unter dem die söhne stehen warum bringen nicht mehr söhne ihre väter um warum ist im rechtsbewusstsein der zeiten der vatermord seit je der scheußlichste der morde geblieben antworten sie warum bringen nicht mehr söhne ihre väter um ich aber sage ihnen sie bringen sie um auf tausend arten in wünschen in träumen und selbst in den augenblicken wo sie für das väterliche leben zu zittern glauben sie verehrtester haben klassische bildung genossen ich leider nicht denn mein vater so gut er es eben wußte hatte mich zum besuch der kadettenschule verdammt dennoch kenne auch ich jene griechische tragödie wo oedipus unwissend daß der grauhäuptige reisende sein vater ist den alten mann erschlägt diese tragödie ist eine wahre fundgrube der mit der psychik des menschen und ich scheue mich nicht mit sophokles zu glauben jeder vater ist laios erzeuger des oedipus jeder vater hat seinen sohn in ödes gebirge ausgesetzt aus angst dieser könnte ihn um seine herrschaft bringen das heißt etwas anderes werden einen anderen beruf ergreifen als den den er selbst ausübt seine des vaters weltanschauung seine gesinnungen absichten ideen nicht fortsetzen sondern leugnen stürzen entthronen und an ihre stelle die eigene willkür aufpflanzen jeder sohn aber tötet mit oedipus den laios seinen vater unwissend und wissend den fremden greis der ihm den weg vertritt und damit wir uns besser verstehen betrachten sie doch im großen und ganzen die generationen wie sie einander gegenüberstehen sie sind genug psychologe und berufsmensch um die abneigung und angst zu kennen mit denen die älteren beamten militärs kaufleute künstler den weg der jüngeren kollegen verfolgen die alten möchten die jungen alle abschaffen oder ihnen zeitlebens wenigstens als dankbaren schülern gelehrigen jüngern den meister zeigen die triebkraft unserer kultur herr staatsanwalt heißt vergewaltigung und die erziehung die wir so stolz im munde führen auch diese erziehung ist nichts anderes als leidenschaftliche vergewaltigung verschärft durch selbst hass erkenntnis eigener blutsfehler am eben bilde die jeder vater statt an sich selbst an seinem sohn bestraft die tragödie vater und sohn ist wie jede andere über einer schuld gebaut wollen sie die schuld dieser allgemeinen menschlichen tragödie wissen sie heißt gierig unstillbare autoritätssucht sie heißt nicht bei zeiten resignieren können ach mein herr staatsanwalt wissen wir ob die gutmütigkeit des liebenswürdigen julius zu seinem verkommenen august nicht auch eine der millionen spielarten der autoritätssucht war gestehen wir uns nur ein wir kennen vater und sohn kalender recht wenig wissen nichts von dem wesen ihrer beziehung denn julius kann nicht mehr sprechen und august will es nicht aber es steht fest daß dieser vatermord kein raubmord war eines noch der fall kalender und der fall duschek es tut mir nichts daß sie mich für verrückt halten dürfen aus folgendem grunde klassisch genannt werden der beruf zu dem mein vater mich von früh auf zwang war der beruf des tötens fechten schießen taktik artillerieunterricht all das was ich in vielen bitteren stunden ohne meinen widerstand überwinden zu können lernen mußte all das war die wissenschaft vom mord und august kalender in welchem beruf hielt ihn sein vater fest von erster jugend an sah er tagaus tag ein nichts anderes als jene bälle hart wie steine die roh wuchtig von hässlichen ausrufen begleitet menschliche köpfe bombardierten die schule verehrtester in die uns beide unsere väter schickten war eine akademie des menschenmords wer also ist der schuldige es gibt ein altes albanisches sprichwort nicht der mörder der ermordete ist der schuldige ah ich will mich nicht freisprechen ich der mörder und er der ermordete wir beide sind schuldig aber er er um ein wenig mehr sollte es aber noch mitschuldige oder besser gesagt hauptschuldige geben schicksalsbazillenträger guter und böser art die uns anstecken geister im wind die uns an den mantelenden vorwärts zupfen sehen sie am dreißigsten mai vorigen jahres eben demselben tag an dem ich zum zweitenmal die hand wieder meinen vater erhob war mir ursprünglich keine geringere absicht suggeriert worden als ein attentat gegen den zaren von rußland von wem von den reinsten menschen den uneigennützigsten fanatikern ja zum teufel das waren sie alle obgleich ich augenblicke habe wo es mir scheint sie wären wahngebilde traumgespenster gewesen und ich hätte nie opium geraucht aber verzeihen sie mir das gehört gewiss nicht hierher hingegen fordere ich sie mein herr der sie richter sind auf bevor sie ihre anklageschrift in die hände des gerichts legen eine nacht in kalendersbude in der gesellschaft seiner charakterpuppen zu verbringen gern möchte ich es selber wissen ruhen diese figuren in der nacht oder müssen sie im rhythmus ihrer verdammnis auch zu öder stunde auf und niederschweben schleichen die alten klavierspieler tanzlehrer leichenbitter auch im morgengrauen durch zwielicht sie die geduldig ihre köpfe den frechen bellen preis geben sie denken wohl oh ihr kleinen und großen idioten die ihr meint uns leider unverwundbare treffen zu können wir sind die vater morgana nur zwischen eurem ich und du uns glaubt ihr zu verwunden und tötet einander ich schwöre es ihnen herr staatsanwalt sie werden angesichts der kalenderschen automaten diesen brief verstehen reinlich und wahrhaftig will ich dieses so amtsungebührlich lange schreiben schließen ich habe viel von der feindschaft zwischen vätern und söhnen gesprochen oh glauben sie mir auch ich habe die liebe des sohnes zum vater kennengelernt ja heute weiß ich es diese liebe war der stärkste trieb meiner seele der verzehrendste besitz meines lebens gewesen sie hat alles andere leben von mir entfernt und mich zu meinem unglück bis zum rand erfüllt ich kenne diese liebe sie muß die scheueste und geheimnisvollste von der welt genannt werden denn sie ist das mysterium der einheit und des blutes selbst in der festen hoffnung daß sie herr staatsanwalt unbedingt eine nacht in der kalenderbude verbringen werden bin ich ihr sehr ergebener karl duschek ich habe hier genau die kopie meines briefes an den staatsanwalt jener hauptstadt wiedergegeben am nächsten tag ging ich in kuxhaven an bord des großen kurfürsten nach einer reise von zehn tagen erblickte ich die große statue auf liberty island lärm und musiken kamen fern und dumpf übers meer es war der erste august des jahres hier aber die worte eines geretteten als epilog ich habe meine kindheit und jugend in einer welt verbracht wo wie ich glaube kein mensch auch nur eine ahnung vom rechten erlebnis in sich trug in einer welt von aktiven und passiven narren habe ich die unwiederbringlichsten tage meiner laufbahn verloren unter falschen gewichten stöhnen schuf die seele falsche gegengewichte wenn ich an alles und an alle zurückdenke erscheint vor meinem auge ein zug grabentlaufener gestalten die so phosphoreszieren daß es mir unmöglich scheint sie zu beschreiben und ich ich selbst bin mitten darunter ich habe sie mich uns alle geschildert aber wir waren heute weiß ich es alle so wenig wirklich so wenig wahr daß notwendig die beschreibung voll unwahrscheinlicher dinge sein musste weg damit denn ich sehne mich von mir selbst zu sprechen da wäre viel sehr viel zu sagen so zum beispiel wie ich meine letzte gefahr überwand mein schwerstes opfer brachte welche gefahr wird man fragen wenn mich auch nur wenige verstehen werden habe ich zu antworten die musik ich habe eins erkannt alles ist sinnlos was der welt nicht neues blut neues leben neue wirklichkeit zuführt einzig um die neue wirklichkeit geht es alles andere gehört dem teufel an vor allem aber die träume diese entsetzlichen vampire denen sich alle schwächlinge und memmen hingeben alle die niemals aus dem winkel der kindheit kriechen wollen und das wollen viele nicht viele tausend männer ja millionen bleiben lieber in den dunklen dunstecken ihrer kinderzeit verkrochen mir scheint ihr da drüben daß eure welt der uniformen höfe orden kirchen flitter republiken industrien handelsbeflissenheiten moden kunst ausstellungen zeitungen und meinungen mir scheint dass diese welt nichts anderes vorstellt als einen großen modrigen verspinnwebten dekorierten winkel in dem sich mit wahn und träumen unzucht treibend die große kindangst der menschheit verkriecht rette sich wer kann was aber führt der weltwirklichkeit zu wer kann das sagen der gedanke der zuerst das feuer herabgebracht hat ebenso wie der raue lustschrei eines wandernden in der morgenröte der blick der zum erstenmal den sternknäuel entwirrt hat die hand die zum urschiff die balken zusammenband ebenso wie das langsame auge einer säugenden mutter der göttliche schritt eines schönen weibes und jegliche herzenstapferkeit wer kann sagen was produktivität ist aber was sie auch sein mag sie ist nur das was aus gerader unmittelbarer seele kommt drum hütet euch vor den träumen der krummen zertretenen verdrehten witzigen rachsüchtigen wenn sie diese träume als schöpfertaten feil bieten seitdem ich wirklichkeit erlebt habe sehne ich mich nach einem sohn doch nein jetzt darf ich es ja verraten ich habe das erste mal an meinen sohn gedacht meinen sohn in einer deutlichen vision gesehen als ich meinen vater mit erhobener waffe im kreis um den billardtisch jagte und das war die tiefe des mysteriums jener nacht wir haben die erde verlassen sie hat sich gerecht indem sie uns alle wirklichkeit nahm tausend wahne dafür und schlechte träume gab ich aber will mein geschlecht wieder der erde verschwistern einer endlosen ungebundenen erde damit sie uns entsühne von allen morden eitelkeiten sadismen verwesungen des dichten zusammenwohnens vor einigen monaten habe ich geheiratet es geht uns leidlich gut und noch besser aber daß ich es nicht vergesse in den nächsten tagen hoffe ich handelseinig zu werden ich denke dabei an die kleine farm im westen die ich kaufen will nicht der mörder der ermordete ist schuldig von franz werfel